Hallo und herzlich willkommen zu diesem versprochenen Video Insta360 Studio App auf dem Laptop. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Denn dann kann ich wieder schöne Videos für euch machen und wer Insta Produkte kaufen möchte, wäre super, wenn ihr vor dem Kauf auf meinen Link klickt, egal auf welchen. Denn dann bekomme ich eine kleine Provision für euch, bleibt der Preis gleich oder ist sogar günstiger. Und ja, damit unterstützt ihr mich natürlich auch wieder weitere Videos auf diesem Kanal machen zu können. Hier oben hast du deine verschiedenen Buttons. Wenn du ganz links geklickt hast, dann kannst du hier deine Videos reinladen. Hier drüben kannst du noch sortieren nach Kamera, File Size, File Type, Date Created, also Datum und so weiter. Und wenn du hier auf das Plus klickst, dann kannst du dir deine neuen Videos hier reinziehen. Jetzt nehmen wir uns hier mal ein Video. Hier seht ihr jetzt, dass ich dieses Video schon bearbeitet habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die verschiedenen Einstellungen sind. Diese gelben Punkte entstehen, wenn ihr hier auf das Plus klickt. Wir gehen jetzt mal hier in einen Bereich, den ich noch nicht oder wenig bearbeitet habe. Und ihr könnt jetzt mit dem Mauszeiger euren Blickwinkel einstellen. In diesem Fall drücke ich und halte ich auf mein Mauspad und kann so den Winkel einstellen. Wenn ich rein- und rauszoomen möchte, kann ich mit zwei Fingern bei mir auf dem Mac, auf dem Touchpad, also unten auf dem Mauszeigerpad, kann ich einfach mit zwei Fingern hoch- und runterwischen. Dann kann ich rein- und rauszoomen in das Bild. Wenn ich jetzt meinen optimalen Standpunkt, den Startstandpunkt hier gefunden habe, drücke ich hier auf Keyframe oder auch Command-K und kann einen Keyframe hinzufügen. Dann kriegt ihr hier so ein kleines Fenster. Und da seht ihr jetzt schon voreingestellte Views. Also wir gehen mal durch. Crystal Ball, das würde so ausschauen. Tiny Planet, dann ist der Rand drumherum ausgefüllt. Und es sieht so aus, als würdet ihr auf einer kleinen Erdkugel sein. Das kann man dann auch, jetzt sind wir sehr nah an der Halle, aber ansonsten sieht das rundherum mit blauem Himmel aus. Oder auch hier auf Megaview. Das finde ich persönlich ganz cool. Das ist auch die Standardeinstellung. Dann gibt es noch Ultra Wide und D-Rub. Das sind einfach Voreinstellungen, um euch es ein bisschen leichter zu machen. Hier könnt ihr auch nochmal zurückgehen und habt sozusagen alles wieder rausgeschmissen. Hier unten könnt ihr auch noch Sachen verstellen. Also ihr könnt hier entweder eine Zahl eingeben oder auch, wenn dieser kleine Pfeil entsteht, hier direkt die Position verändern. Was da sehr praktisch ist, ist, wenn ihr zum Beispiel hier einmal 360 Grad rumgehen wollt, dann könnt ihr das einfach direkt auch eingeben. Denn so kriegt ihr zum Beispiel so eine Fassrolle richtig gut hin. Das geht hier mit allen Blickwinkeln. Das heißt, wenn ihr hier feine Einstimmungen machen wollt, entweder oder auch zum Beispiel genau das gleiche Bild haben wollt, weil ihr einen Übergang machen wollt, dann könnt ihr hier einfach genau die gleichen Zahlen eingeben. Solange hier unten das X zu sehen ist, merkt, dass ich auch diese Einstellung, die ich hier gemacht habe, dann könnt ihr hier weitermachen. Und auf der Leertaste könnt ihr dann das Video weiter abspielen und jetzt zum Beispiel hier zum nächsten Punkt gehen. Jetzt möchte ich zum Beispiel, dass die Kamera hier rüber schwenkt und gehe jetzt wieder hier, satze einen weiteren Keyframe und habe jetzt diese Einstellung. Die hat er sich auch gemerkt. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe auf meinen Anfang, sieht man, dass er diese Bewegung von dem einen Keyframe zum anderen Keyframe macht. Das heißt, er hat jetzt einmal hier drumrum geschwenkt. Wenn ihr jetzt merkt, oh, das war hier am Anfang noch Sachen, die brauche ich gar nicht und möchte diese hier in diesem Programm schon rausschneiden, ihr müsst ja nachträglich dann das Video ausgeben und rendern. Also alle diese Einstellungen, die ihr hier gemacht habt, werden nicht direkt auf eurer Originaldatei gespeichert, sondern ihr müsst ein neues Video ausgeben mit all diesen Änderungen und das nennt man rendern am Ende. Das macht ihr ganz am Ende, wenn ihr mit allen euren Einstellungen fertig seid. Das dauert aber immer etwas und wenn ihr jetzt sagt, diesen Anfang, den braucht ihr nicht, den wollt ihr gar nicht rendern, dann drückt ihr hier oben auf den Trim Start. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, wird das hier ausgegraut und er rendert diesen Teil gar nicht. Das heißt, das ausgegebene Video hat nachher nur diesen Bereich ab hier drüben. Dann könnt ihr zwischen den Keyframes noch auswählen, also zwischen diesen gelben Punkten, was genau soll er zwischen diesen Punkten machen? Soll er von der einen Einstellung, die ihr hier gewählt habt, zu anderen Einstellungen ganz linear rüber gehen? Oder soll er erst bei der ersten Einstellung ein bisschen bleiben, schnell zu anderen gehen und die andere wieder etwas halten? Oder eben schnell und wieder hoch? Also da könnt ihr einfach mal ausprobieren, was halt schöner ausschaut. Das erreicht ihr, indem ihr auf den kleinen gelben Strich zwischen diese beiden Keyframes draufklickt. Dann zeige ich euch, wie ihr automatisch ein Objekt tracken könnt. Hierzu entfernen wir diesen Punkt. Wenn ihr diesen Punkt angeklickt habt, kommt hier ein kleines X, das können wir wegmachen. Und jetzt möchte ich einfach, dass der Motorradfahrer hier einfach automatisch getrackt wird. Das erreicht ihr, wenn ihr hier unten auf das kleine Symbol neben den Keyframes klickt, das heißt Deep Track. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr, dass hier ein kleines Kreuz entsteht. Und auf dieses Kreuz müsst ihr einfach nur draufklicken und ganz automatisch verfolgt er dann diese Person oder dieses Motorrad oder auch andere Objekte können hier super getrackt werden. Wenn ihr sagt, es reicht mir an dieser Stelle, dann könnt ihr Stop Track drücken. Und ihr seht dann hier unten in diesem Bereich wurde jetzt der Motorradfahrer getrackt und der bleibt immer ganz stabil in der Mitte. Und so könnt ihr dann verschiedene Einstellungen auch dort recht gut hinbekommen. Wir können das gleich jetzt auch nochmal probieren mit dem Pferd. Dass wir sagen, ab diesem Punkt hier hinten, gehen wir nochmal ein bisschen zurück, versuchen wir jetzt, dass das Pferd getrackt wird. Jetzt erkennt er die sogar. Wenn er sie nicht erkennen würde, wenn man jetzt beispielsweise hier diesen Schirm haben möchte, kann man auch einfach mit dem Kreuz ein kleines Kästchen drumherum ziehen und schauen, ob er das schafft. Ja, er erkennt es sogar. Und so kann auch jedes beliebige andere Objekt getrackt werden, wenn es eben nicht erkannt wird. Jetzt schauen wir nochmal einmal kurz beim Pferd. Er sagt jetzt hier, man kann in der gleichen Area nicht zwei tracken. Das ist natürlich klar. Das heißt, ihr müsst einmal kurz auf die Leertaste drücken und dann wieder drauf. Dann findet er das Pferd und ihr könnt das Tracking wieder direkt starten. Dann stoppen wir es wieder und schauen uns das Ganze nochmal an. Und hier hat er jetzt den Motorradfahrer getrackt. Dann kann man übergehen in den Flieger. Fällt jetzt hier natürlich nicht so auf. Und dann kommt noch einmal das Pferd, wie es hinterher schaut. Dann möchte ich euch noch gerne die Variante zeigen, wie ihr die Geschwindigkeit verändern könnt. Und zwar drückt ihr einfach an eine beliebige Stelle in eurer Timeline. Und geht dann hier auf dieses Timeshift. Das ist dieser Blitz. Wenn ihr da drauf drückt, entsteht hier automatisch ein Bereich, in dem ihr sagt, da möchtet ihr die Geschwindigkeit verändern. Und wir gehen jetzt hier einfach mal auf einen beliebigen Bereich. Es geht jetzt nur um die Anschauung. Und dann müsst ihr das auch nochmal anklicken. Jetzt gerade hatte er hier wieder diese Linie markiert. Dann könnt ihr das nicht bearbeiten. Also ihr müsst hier auf diesen Bereich gehen. Nochmal draufklicken. Dann hier den ganz an den Anfang ziehen. Ne, den müsst ihr gar nicht an den Anfang ziehen. Das ist Quatsch. Ihr könnt einfach direkt hier mit dem Regler auf bis zu 64-fach oder ein Viertel reduzieren. Wir machen jetzt einfach mal sechsfache Geschwindigkeit. Dann wird das natürlich auch entsprechend kleiner. Wir gucken es uns an. Und das wurde jetzt beschleunigt. Jetzt zeige ich euch nochmal ein Beispiel mit Verlangsamung. Aber da sollten wir natürlich auch einen Bereich haben, wo wir eine kleine Bewegung drin haben. Hier zum Beispiel. Gehen wir wieder auf den Blitz und nehmen hier den Bereich und können jetzt hier auch Slow-Mo-Aufnahme wählen. Da seht ihr jetzt, dass das Bild ein bisschen das Ruckeln anfängt. Das heißt, ihr solltet da natürlich auch mit einer Bildrate aufgenommen haben, die zu eurer Verlangsamung dann passt in diesem Fall. Am rechten Bildschirmrand habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Ausschnitte zu wählen. In diesem Fall 16 zu 9 wäre gut für Reels oder auch für Insta-Stories. Wenn ihr ein normales Video aufnehmen wollt oder ein normales Video schneiden wollt, dann würde ich euch empfehlen, das normale 16 zu 9 zu nehmen. Oder ihr könnt natürlich auch jedes andere Verhältnis hier auswählen. Wenn ihr hier ein richtig cooles Foto habt, wo ihr sagt, ja, diesen Ausschnitt will ich jetzt zum Beispiel als Foto haben, dann könnt ihr hier drüben auf Take Snapshot gehen oder auch Command-S drücken. Und der nimmt dann ein Foto auf. Das könnt ihr euch dann abspeichern. Könnt das als ganz normales Foto für euch dann behalten oder auch als Thumbnail. Und man kann natürlich da auch sehr, sehr coole Perspektive machen. Da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Hier in diesem Bereich Media bearbeitet ihr immer das einzelne Video. Wenn ihr jetzt zwischen den Videos hin und her springen wollt, dann wieder Doppelklick auf das andere Video. Hier seht ihr jetzt auch schon, da bin ich mit meinem elektrischen Einrad rumgefahren. Und genau, da könnt ihr dann auch einfach zwischen den verschiedenen Videos hin und her springen. Wenn ihr schon hier in diesem Programm ein, zwei Videos aneinander hängen wollt und hier noch etwas mehr bearbeiten wollt, dann könnt ihr in den Bereich Project gehen und ein neues Projekt anlegen. Hier könnt ihr dann auch zum Beispiel Texte einfügen, wenn ihr das wollt oder eben verschiedene Videos aneinander hängen. Hier könnt ihr dann auch nochmal die Geschwindigkeit und Frame Interpolation verändern. Da gibt es auch dann nochmal einen Highspeed-Editor. Auf diesen Bereich will ich jetzt heute nicht zu sehr eingehen. Ihr könnt euch da einfach mal durchklicken. Und wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr sie mir gerne auch in den Kommentaren stellen. Jetzt gibt es hier noch eine Leiste an der rechten Seite. Die können wir auch nochmal grob durchgehen. Hier könnt ihr die Flow-Stage-Stabilisierung an- und ausschalten. Und auch den Direction-Log an- und ausschalten. Da habt ihr dann einfach immer eine Richtung. Und hier auf dem nächsten könnt ihr die Stitching-Option wählen. Ihr habt ja zwei Linsen, eine vorne, eine hinten. Und diese müssen natürlich irgendwie zusammengerechnet werden. Und dafür gibt es verschiedene Einstellungen. Normalerweise taugt die normale Einstellung. Wir können mal gucken, ob wir hier den Stitching-Rand finden. Denn den finden wir aber auch, wenn wir hier vielleicht hin und her klicken. Dann können wir den Rand sehen. Das heißt, der ist jetzt hier in der Mitte. Und da kann man natürlich nochmal durchklicken. Da sieht man jetzt schon, das ist für das Tauchen. Überwasser. Invisible Dive Case. Unterwasser. Und hier kann man es auch nochmal selbst verändern. Da seht ihr es dann auch. Und seht auch, welches einfach davon am besten ist. Und draußen ganz normal ist halt auch das Normale dann das Richtige. Hier wollte ich euch auch empfehlen, auf normal zu bleiben. Dann gibt es noch Dynamic Stitching. Ja, ihr seht es jetzt hier an der Straße. Da verändert sich ein bisschen was. Wenn irgendetwas nicht gut ist, dann empfehle ich euch, hier mal durchzuprobieren. Dann, solange ihr aber da keine Fehler seht. Hier am Boden könnte man vielleicht auch wieder meinen, was zu sehen. Ja, also so ist der Schatten jetzt etwas härter, etwas besser. Aber wie gesagt, das sind dann Kleinigkeiten, die im normalen Alltag hier bei den Videos dann gar nicht auffallen. Dann gibt es noch AI Stitching und chromatische Kalibration, also dass ihr keine Farbsäume habt. Dann gehen wir mal auf den nächsten Punkt. Das ist der Media Processing. Und hier könnt ihr jetzt auch nochmal ein paar Einstellungen machen, wie zum Beispiel Color Plus. Das erkennt man direkt. Da könnt ihr auch die Härte einstellen, wie viel. und einfach da euren persönlichen Geschmack auch treffen. Clarity Plus ist die Klarheit. Die kennt ihr vielleicht auch aus Lightroom oder aus anderen Fotobearbeitungsprogrammen. Bei Motion Blur, Motion ND, könnt ihr dann einstellen, wie sehr dieser Effekt ist, dass das hier sozusagen verschwimmt an den Seiten. Also hier seht ihr jetzt, es ist ganz hart. Gehen wir nochmal zurück. Und ich mache das euch nochmal ganz extrem, dass ihr jetzt den Unterschied einfach krass sehen könnt. Dann verschwimmt der Rest und nur die Mitte bleibt scharf. Dann gibt es hier jetzt noch, das ist jetzt eine Farbeinstellung für Aquavision, also für Unterwasser. Ja, das ist wie gesagt eher für Unterwasser gedacht, aber wenn euch das gefällt, könnt ihr das natürlich auch einstellen. Und hier unten könnt ihr jetzt auch noch ein bisschen was zu Audio einstellen. Entweder Off, Voice Focus oder Noise Reduction. Also wenn ihr jetzt hier Störgeräusche habt, dann könnt ihr die Noise Reduction einstellen und er versucht dann jetzt zum Beispiel das Motorradgeräusch auszublenden. Logo Settings sind standardmäßig ausgestellt. Ihr könnt dann aber auch hier irgendwelche Logos reinmachen oder auch ein persönliches Logo mit reinmachen. Das ist natürlich gut, wenn ihr ja ein Copyright oder ein Werbungszeichen oder was auch immer mit einstellen wollt. Wenn ihr jetzt hier das gleiche Video nochmal nehmen wollt und eine andere Einstellung machen wollt, hier sind jetzt die ganzen Keyframes gespeichert und auf Clip 2, wenn ihr hier auf Create New Clip gedrückt habt, dann könnte ich hier einfach nochmal einen zweiten Clip erstellen. Hier habt ihr nochmal die ganzen Informationen und wenn ihr jetzt fertig seid, also wir gehen jetzt hier auf den Clip, den wir jetzt fertig bearbeitet haben, der uns so richtig gut gefällt, dann könnt ihr hier unten auf Export gehen, auf diesen kleinen Pfeil nach oben und dort stellt ihr dann einfach ein, wie ihr euer Video exportieren wollt, mit welcher Bitrate, mit welcher Auflösung und hier habt ihr auch nochmal verschiedene Varianten. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchspielen und schauen, welche Größe ihr überhaupt benötigt, denn jetzt hier zum Beispiel 3840 ist schon riesengroß, also das ist gar nicht unbedingt notwendig. Viele haben nur einen Full-HD-Bildschirm, da würden dann 1920 Pixel reichen, aber wie gesagt, das ist wieder ein bisschen persönliche Geschmackssache, mit was ihr dann hier exportiert und hier oben könnt ihr noch umstellen auf den Export eines 360-Grad-Videos, das heißt zum Beispiel YouTube erkennt das dann oder auch teilweise Facebook, Instagram und dann können die Leute in diesem Video selber die Position bestimmen, das heißt da sind eure Keyframes dann ziemlich Banane, nicht ganz, weil die Grundeinstellung ist ja so, aber trotzdem ist es ein 360-Grad-Video und die Leute können nachher, wenn das Programm es hergibt, selber sich umgucken in eurem Video, was natürlich schon richtig, richtig cool ist. Wenn ihr das dann eingestellt habt, drückt ihr einfach auf Start Export, können wir einmal nochmal machen, ich habe das schon exportiert, weil dann seht ihr hier, was gerade im Export ist und hier unten, das wollte ich euch noch mitgeben, hier seht ihr dann die 1%, wie weit dieses Video schon exportiert wurde und hier oben in Export History seht ihr dann, welche fertig exportiert sind. Man kann mehrere Videos gleichzeitig exportieren, es dauert dann aber entsprechend länger. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Erklärvideo gefallen und wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt sie mir unter das Video und tschüss, bis zum nächsten Mal! – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020